Hallo! Nicht immer nur arbeiten, auch mal zocken! Hier, der neue Predator O1X. Der bietet alles. Klein, kompakt und bleibt trotzdem cool. Ja gut, aber was spiele ich denn jetzt? Na, wie bei allen PCs von Predator ist der Game Pass einen Monat lang inklusive. Okay, das ist wirklich nice. Und zukunftssicher seid ihr damit auch. Denn man kann jedes Element ganz einfach nachrüsten oder upgraden. Predator Performance. Bereit für jedes Abenteuer. Ja gut, das ist wirklich cool.